Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei BetoCampbell. Ich spiele heute, oder heute ist Donnerstag und ich spiele heute Days After. Ja, dann werden wir mal schauen, was wir also machen. Bis gleich. So Leute, wir werden heute einmal kurz die Abwurfstelle machen, oder Abwurfpunkt, und danach werden wir mal die Basis aufräumen. So, also dann lauf ich mal hin, oder ich geh hin, schauen wir dann die Videos an und dann räumen wir die Basis mal zusammen auf. Also dann, nichts Aufregendes heute. Bis gleich. Wieso, da sind wir aber, eine Abwurfstelle. Und jetzt müssen wir erstmal, einer ist noch drin, okay. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr Geld, also ich kann jetzt wieder was einkaufen. Ich habe davon drei und davon zwei. Dann will ich mir davon nochmal einkaufen. Davon will ich mir drei Stück kaufen. Und mal überlegen. Ich will die drei auch noch. Das reicht erstmal. Kommt mal, weiß noch mal so. Oh, weit habe ich es geschafft. Bald bin ich Level 2. Gut. Dann würde ich mal sagen. Wir tauschen jetzt, äh, wir bauen jetzt, warte mal, erst, erst sagen, es geht los, ja. Wir nehmen den hier natürlich. Den haben wir letztens nicht geschafft, deswegen nehmen wir jetzt wieder eins. Und fünf Stunden habe ich Zeit. Jetzt wird erstmal hier gebaut. Zack. 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 Der, der und der und der. Okay. Das war's. Und da würde ich mal sagen, es geht los. Ich bin bereit. Ich hoffe es. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. mal kurz was futtern trinken oh hier schon wieder hier 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 nicht geschafft so einem ist und ich bin die 1 geschafft na gut dann bis gleich okay wir sind jetzt in der basis wieder angekommen und werden jetzt mal die basis bisschen aufräumen ich habe besuch dass der wo ich holz gekauft habe gut dann wollen wir mal die basis ein bisschen auf also ich zeige euch mal kurz meine basis habe hier mein bett hier habe ich das funk gerät habe ich eine truhe da habe ich was war das das labor hier habe ich eine truhe hier habe ich erste hilfe sanitäts tisch hier habe ich truhe für waffen für rüstung für to do das zeit alles mögliche drin hier unten das sind die sachen die ich brauche beim sheriff oder wenn ich es hier mache und wie kommt zum scherz so dann haben wir hier die presse und ein zwei drei vier fünf truhen weg sehen und dann habe ich hier wie ist das spiel schmelz lager hier den ringwasser auffang ging ins wasser speicher hier haben wir den grill euch an kammer und lagerfeuer zweimal hier haben wir die felder oder pferdestall oder nur steil hier haben wir gelberei genau tischlerei pferdbank oder so was haben wir hier nähtisch hier haben wir stein schmelze hier haben wir waffen herstellen hier haben wir den hundestall waffen herstellen tisch wird es leer hier haben wir den hundestall warte mal wir müssen schon erwachsen sein zack so dann schauen wir mal kurz aber nix und eins hier Hoppi und radi ist das zusammen kommt der meiser und raus ne dann das war alles und jetzt werde ich mal ein bisschen aufräumen also das habe ich auch noch nicht fertig beleuchtung die wand habe ich schon fertig gemacht die leuchtung fehlt noch das lagerfeuer fehlt noch ich habe bestimmt für was anderes und hier könnte ich auch noch weiter ausrüsten und die flagge muss sie noch machen dann haben wir alles fertig und jetzt ich habe die letzten paar malen gespielt und nur alles in den tun reingetragen davon da und hier und ein bisschen und muss ich jetzt ja auch mal auf einmal aufräumen ich fange jetzt an und schnapp mir diese truhe hier kommt normalerweise essen rein essen 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 kommt das hier raus die sachen dass ich auch mal hier drin weil ich wollte dafür jetzt nicht extra eine truhe anfangen gewisse packe ich zum b3 und das trinken packe ich zum zum lagerfeuer hier kommt der weg der weg und der eigentlich muss ich kurz was los werden ok so und das bleibt hier weil die brauche ich später das dauert aber noch für den sanitätstisch da kann ich die spritze herstellen übrigens spritze ach komm jetzt wieso jetzt nicht kämpfen da brauche ich die dünnen pilze die kann ich gleich mal mitnehmen wenn ich platz habe aber es dauert ein bisschen was soll ich denn hier rüber ziehen was soll ich denn hier rüber ziehen so jetzt war ein bisschen sortieren erst mal wir packen hier die holz ist ja auch schon vor meine güte hier packen wir oh voll oh das wird lange dauern heute packen wir hier was rein die zwei kann ich da oben loswerden dann brauche ich ja nur noch zwei stück zwei blaue tücher habe ich alles fertig mit den tüchern dann habe ich alles fertig mit den tüchern wie viel mache ich da zwei passt doch genau perfekt okay ich schmeiß einmal hier die steine rein hier waren auch noch welche ich habe mir zu viel sattel hergestellt ich dachte ich könnte irgendwie stacken und dann verbessern aber weiß ich nicht was ich mit den sattel machen soll naja auf einmal finde ich was dafür ich habe nochmal bei mir war mein schlafplatz rein das ist soweit eigentlich fertig kann ich gleich zum essen abgeben machen wir das so schnell das essen hier mal abgeben ok ja bisschen mehr platz richtig gewisse abgehen kann ich das getränk abgeben das ist das auch schon was hier nicht rein gehört also ich probiere mal die sachen die ich brauche oder herstellen kann in den zu lassen was da in der nähe ist damit das und damit sie nicht mehr hin und her laufen muss wenn ich was suche ich glaube ihr wisst was ich meine wenn einer eine idee hat wie ich das vielleicht besser sortieren kann nur zu ich bin für alles oder ich habe für alles ein ohr offen so hier war ganz viel ich warte mal die mütze kann ich doch drüben rein schmalen hier 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 weg weiss gerade nicht wo ich die im packen soll da habe ich jetzt zumindest zwei sachen die ich weg packen kann aber für den stall und einmal Ich gebe es Köpfe, weil es braucht auch Kohle, ist auch alles voll. So, zum trinken, hier rein, es geht weiter, also hier drinnen waren wir fertig. Fertig, hier passt nichts mehr rein, Waffen voll, muss mal probieren, den weiter aufzuleveln, aber ich weiß nicht, wo ich das grüne Band herkriege. Bunker, Bunker, Bunker muss ja auch nochmal rein, das machen die am Dienstag. Dann werde ich so lange bis Dienstag nochmal fahren, am Dienstag gehen wir dann in Bunker. Mit den Ohren, hier, mit dem Sheriff alles. Mh, 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 ja. Ja. Dann können wir mal zurücklaufen. Schneller. Wir haben doch keine Zeit. Jo. Ah, die Truhen hier, die sind alle über voll. Die muss ich irgendwie mal komplett ausmisten, aussortieren. Die Stahlbahn, da brauche ich noch richtig viel von, allein das Auto braucht 40 Stück hier unten. Jetzt bräuchte ich die Eichenbretter, die Turnziegel. Ich kann ja auch schon die Turnziegel herstellen, aber ich möchte erstmal die Stahlbahn alle herstellen. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt die Turnziegel für das nächste Level schon herstelle, aber ich noch hier über die Stahlbahn brauche. Ja. Ihr wisst, was ich mag, gell? Mögi, da bin ich. Hm. Ah, hier, guck. Ich weiß doch, wo der hinkommt. Die Brust weiß ich auch, wo sie hinkommt. Hm. Ich bin langsam wieder vormann. Hier, so, ein paar Sachen. Ah. Ist da hier noch was? Nee. Nichts, was ich woanders hinpacken wollte. Kohle, vier, Kohle, zwei Stück. Hier. 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 Hier noch ein Staubarren. Zack, und die Nägel sind meins. Yeah. Und das ist Essen, das kommt. Da habe ich auch schon Platz für. Und das ist Essen, das kommt, da habe ich auch schon Platz für. Das muss ich auch schon mal kurz austauschen. Zack. Fertig. Jawoll ja. doch aufgeräumt ja noch nicht doch klar auch es sind uns dies werden dingsbums das tuch mit den bären hier muss ich auch so dann haben wir schon mal die sache die bären hier einschmeißen hier oben war kürbiskerne hier hinten kam oben die geschenk gereift habe ich dann ein bisschen essen in der tasche das kommt rein ach je das packen wir auch schon mal weg die steine können wir schon mal zum schmiedetisch da gehen oder metzger fisch wie ist das steinmetz metzger meinte metzger natürlich meinte metzger was denn sonst man weiß doch das ist kein metzger ist also haben wir den hier alles jetzt haben wir den den haben wir auch schon so ach ja da tschuldigung aufräumen ist langweilig so haben wir das hier das sei schrauben wir erstmal so das 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 da noch was drin die hier sind sowieso voll wenn man aus der nachtschicht kommt und dann vom computer geht ist schon ein bisschen anstrengend das das ist der das da das das was ist das das ist So, dann haben wir das auch. Ich weiß nicht, warum ich die beim Filter hier gemacht habe, aber ich ganz aus Versehen habe hier so aufgemacht, ne, dann da draufgeklickt, drüben gesehen draufgedrückt und dann, ah, war schon am Brutzeln, dann verschwinden ja sofort die Ressourcen. Dieser hier. Ja, ich falle ich um. Müdigkeit. Ja, drei Seile und fünf Nägeln nur. Ja, da haben wir hier. Wege habe ich hier hinten irgendwo. Ah, richtige Kiste. Tadaaam. Zupi. Ich kann hier jetzt das Schrott reinpacken. Diese sind schon oben, die drei auch. Die beiden auch. Okay. Okay. Oh, fachsachsach. Hm. Wow, wow. Ich kann hier. Sieben Stück mit der Stahlkette. Nichts. Nicht so wie die rote Schnur. Ah, hier. Acht Stück. Tag, fertig. Ein Meisterwerk. Geht ein bisschen schneller jetzt alles. Was herstellen? Sieben Prozent. Ah, das freute mich. So. So. Warte geht's. Steine, steine, steine. Hm. Eigene Frage schon. So. Oh. Haben wir hier noch. Bis. Bis. Herüber. Genau. Ja. Ja, mal ist. Hier haben wir. Auch schon mal ist. Was mache ich denn jetzt? Also es sieht schon viel besser aus. Bin allerdings noch nicht ganz fertig. Außer vielleicht mit Nerven. Aber das geht ja schnell. Upsa. Schon wieder falschen Knopf. Mal kurz eingeschlafen. Und den falschen Knopf gedrückt. Ich habe eigentlich jetzt alles soweit fertig. Die müssen eigentlich alle raus hier. Passt da nicht hin. Ja. Vielleicht. Aber auch so manchmal. Mal. Heute ist ein schöner Aufräumtag. 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 die Zeit. Haag. Ja. Aber nichts. Auch nicht. Ne. Nein. Ah. Die zwei Gürteln. Eiche brauche ich. Ganz viel Eiche. Die sind auch fertig. Hippie. Hippie. Na war das. Jetzt brauche ich erstmal keine mehr. Was möchte ich dann jetzt sein? Seil, ey. Ich glaube, ich bleibe dabei. Gut. So, was brauchen wir hier noch? Das ist alles. Also ihr seht ja, ich... Du hast so viel Arbeit. Nee, nee, nee. Hier, Stahlbahnen, ohne Ende Stahlbahnen und ohne Ende... Also ohne Ende Stahlbahnen und ohne Ende Eiche brauche ich. Noch ohne Ende. Gut. Dann muss ich mal probieren, die anderen sollen noch mal schnell hier in meinen Krimskrabenkisten zu packen oder was drinne. So, die Krimskrabenkisten. Mal waren die beiden auch hier drinne, die muss wegpacken, gegen der Presse. Und wieder nicht. Wo könnte ich die vier Sachen hinschmeißen? Ich habe gerade gesehen, ich schlafe hier immer ein. Schlimm. 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 Ich brauche eine neue Kiste. Ich brauche eine neue Kiste. Naja, egal. Diese haben wir jetzt erstmal nicht mehr los hier. Erstmal. Und noch. Und noch. Und noch. Und noch. Wollen wir diese Holzbretter nicht mehr? Ach doch, warte mal. Jetzt wieder ein. Hier viermal. Okay. So. Dann werde ich erst mal sagen, das war's für heute. Nur ein bisschen Basis aufgeräumt. Und zack. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.